Hi Friends, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich habe mir was überlegt. Ach, ihr wisst es, natürlich bin ich ja jeden Tag irgendwo und gucke, ob es neue Produkte gibt. Und ganz ehrlich, Team Günstnoss ist immer noch tief in mir drin. Und ich habe ja in manchen Bestellungen immer so ein paar Tester. Guess what? Wir machen heute ein Full Face nur mit Tester Make-up und schauen, wie die Produkte sind und ob wir daraus vielleicht ein Full Face Make-up kriegen. Ich bin super gespannt und ich hoffe, ihr habt darauf Lust. Einfach mal ein bisschen was anderes. Nicht immer nur so Review, 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 sondern vielleicht auch mal ein bisschen leichtere Unterhaltung. Ich hoffe, es geht euch gut und ich hoffe, ihr hattet einen wunderschönen Tag. Falls nicht, hoffe ich, dass ich euch mit diesem Video so klitzeklein so ein bisschen auf andere Gedanken bringen können. Es ist früh. Ich bin hier. Ich... Irgendwas ist komisch. Ich weiß nicht, was es ist. Wahrscheinlich bin ich's. Hi. Freunde, ich habe hier über die letzten Wochen immer mal so ein paar Tester gesammelt. Und in jeder Bestellung, die du irgendwie bei Douglas oder bei Sephora oder bei Flaconi auslöst, kannst du ja immer Tester auswählen. Manchmal gibt's sie so, manchmal kannst du sie wirklich auswählen. Und ich habe Foundations, ich habe Primer, ich habe Produkte, Concealer habe ich da. Ich habe Highlighter, ich habe einen Bronzer-Stick. Wir schauen mal, was wir daraus machen können. Und ich glaube, dass das vielleicht eine ganz spannende Sache sein könnte, weil viele von euch auch vielleicht Tester haben oder ich euch damit so ein bisschen auch die Angst nehmen kann, einfach auch aktiv nach Testern zu fragen. Wenn ihr zu Sephora oder wenn ihr zu Douglas geht, könnt ihr zu den Verkäuferinnen und Verkäufern gehen und fragen, hey, ich interessiere mich für den Rare Beauty Concealer. Ich bin mir aber noch nicht so sicher, welche Farbe und ob ich damit klarkomme. Ist es möglich, dass ich einen Tester bekommen kann? Manche haben einen Tester, manche haben keinen Tester. Ansonsten wäre das, ansonsten glaube ich, könnte das vielleicht eine ganz spannende Sache mal sein. Probiert es einfach mal aus, vielleicht habt ihr auch schon Tester. Oder was ich oft mache auch, ist sie in Gewinnspielpakete mit reinzupacken, dass ihr einfach die Möglichkeit habt, verschiedene Sachen auszutesten. Was ich damit so ein bisschen kombinieren möchte, ist ein bisschen Shade Inclusivity. Also ich will euch zeigen, welche Farben es von dem Produkt gibt, die ich hier habe. Beispielsweise habe ich hier von Rare Beauty den Concealer, den ich selber glaube ich noch nicht getestet habe. Und wir haben hier sechs verschiedene Farben drin, die ich euch dann einfach gerne zeigen möchte, so dass ihr, falls ihr Interessen an dem Produkt habt, auch gleich so eine gewisse Farbeinordnung habt. Ihr wisst ja auch, was ich mittlerweile mache, ist, dass ich, wenn ich mit Firmen zusammenarbeite und sie mir eine neue Foundation und einen Concealer schicken wollen, ich sehe meine Farbe bitte, aber auch um den hellsten und um den dunkelsten Ton, so dass ich euch alle Farben oder fast alle Farben zeigen kann. Lange genug gequatscht, wir starten. Okay, wir starten mit einem Intensive Hydrating Serum von Innis. Innis ist eine Skincare-Marke, die, ich denke mal aus Ostkorea steht hier drauf, die Feuchtigkeit spenden soll mit grünem Tee-Extrakt. Und das probieren wir einfach mal aus. Vielleicht ist es ja ganz gut. Was ich sehr, sehr gerne mache, ist einfach die Tester wirklich auch zu benutzen, weil dafür sind sie da. Es riecht sehr gut. Es ist wie so ein Hyaluronsäure-Serum. Und somit kann ich die natürlich jetzt auch endlich mal aufbrauchen. Ich habe die wirklich lange gesammelt teilweise, einfach um genau dieses Video zu machen. Worüber ich mich ein bisschen geärgert habe, ist, als wir umgezogen sind hierher, das ist ja auch schon wieder ein halbes Jahr her, ich hatte einen Tester von Lippenstiften mit vielen verschiedenen Farben. Ich finde ihn nicht mehr, er ist weg. Guess what? Es gibt also heute keinen Lippenstift, beziehungsweise keinen Lippenstift, so wie wir ihn kennen, sondern wir machen heute einen sehr nude-lastigen Look. Alle Shades of Nude sind heute in meinem Gesicht. Das Serum ist extrem schnell eingezogen. Es hat jetzt auch nicht so ein speckiges Gefühl hinterlassen. Ich will aber gleich weitermachen mit diesem Schätzchen hier von Laneige. Das ist ein Blue Hyaluronic Moisturizer, eine Feuchtigkeitscreme, die 100 Stunden Feuchtigkeit spenden soll, die Feuchtigkeit um 196,6% erhöhen soll. Und 90% der Personen sagen, dass ihre Haut mehr glowy aussah. Diese Claims sind schon immer echt heavy. Wir gucken jetzt mal, was da rauskommt. Es ist eine recht dicke Creme-Tatsache. Hier kann ich keinen Duft wahrnehmen. Oder, nee, also es riecht kein Duftstoff drin, den ich jetzt wahrnehmen kann. Angeblich ist hier Parfum mit drin, aber kein schönes Parfum. Also ich glaube nur, um etwas so ein bisschen zu überdecken, weil die Inhaltsstoffe selber schon so ein bisschen, ich will nicht sagen ranzig riechen gerade, aber es riecht nicht so gut. Auch die fühlt sich sehr, sehr gut auf der Haut an. Ähnlich, muss ich sagen, wie diese Mixer-Creme hier, die ich im Moment total gerne benutze. Einfach um schnell einfach, ich gehe da rein, zack, fertig, muss ein bisschen portionieren, dann kann ich den Rest auf meine Arme geben. Die hat mir jetzt aber vom Gefühl her gar nicht so schlecht gefallen, muss ich sagen. Also finde ich erst mal in Ordnung. Jetzt wird es ganz spannend. Denn wir haben hier von Make Up For Ever Primer. Und zwar drei Stück. Wir haben einen Poren-Minimizer, wir haben einen feuchtigkeitsspendenden Primer und wir haben einen Redness-Reducer. Drei verschiedene Primer sind hier mit drin. Ich hole die mal raus. Es gibt auf jeden Fall auch noch mehrere, mit denen man Color-Correction machen kann. Pore-Minimizer, Hydra-Booster, Shine-Control, Redness-Corrector, ein Tone-Up-Perfector, ein Yellowness-Neutralizer, also mit dem man gelbe Töne so ein bisschen reduzieren kann, einen Auffäller, einen, wow, Downness-Eraser. Ein Downness-Eraser ist, wenn du so fahle Haut hast, nimmst du gelb. Und ein Grayness-Reducer, wenn du graue Shades hast. Ich hole die mal hier raus. Okay, das sind drei so kleine Bubbles. Die probieren einfach alle, oder? Ich dachte eigentlich, dass das ein Blush ist, aber ist es nicht. Ich hole euch gleich nochmal ein Stückchen näher ran, so könnt ihr alles ein bisschen besser sehen. Ich kriege das hier nicht auf. Deswegen starten wir mit dem Hydra-Booster. Na komm, Mäuschen. Das ist so ein bisschen orange. Riecht gut. Make-up Forever habe ich tatsächlich noch nie was benutzt, glaube ich. Wenn ihr Erfahrungen mit den Produkten in Full-Size-Größe habt, schreibt es gerne in die Kommentare. Oh, der fühlt sich krass an. Der Geruch ist sehr, sehr toll. Es riecht. Kennt ihr von Dior diese Fläschchen? 100, 500, 8, 8, was weiß ich, wie viele? Oder hunderte Euro. Dieses orange Glowifier oder so heißt es. So riecht es, so fühlt sich das an. Ist Make-up Forever eventuell Dior? Es riecht genauso und es sieht genauso auf der Haut aus. Es ist ein Dupe zu dem von Dior, nur dass das von der Viskosität ein bisschen anders ist. Rötungen habe ich jetzt nicht groß, deswegen lasse ich den mal weg. Ich möchte noch ein bisschen vom Poren-Minimizer benutzen. Der könnte wie Benefit sein. So ein bisschen gräulich. Fühlt sich aber nicht so silikonig. Doch, fühlt er sich ein bisschen silikonig an wie der von Benefit, aber nicht so trocken. Den arbeite ich mir hier nur in den T-Zone-Bereich und ich sehe auch sofort, dass das alles ein bisschen weicher geworden ist. Dieser Hydra-Primer, der gefällt mir ganz gut. Gut, da muss ich mir das nochmal ein bisschen anschauen, weil das könnte eine spannende Sache sein. Jetzt wird es tatsache spannend, denn ich habe eine Foundation und ein Concealer-Saché. Wir haben aber auch noch das hier von Huda Beauty. Vielleicht mischen wir uns das so ein bisschen zusammen, weil dieses Glowish-Ding, das habe ich auch in Full Size und das liebe ich. Das habe ich mir in zwei oder drei Farben mittlerweile sogar gekauft. Ich möchte aber jetzt als erstes die Farbe Medium benutzen und die so ein bisschen mit der Clinique Even Better Clinical Foundation mischen. Ich hoffe, dass es farblich passt. Ich habe keine Ahnung. Diese Glowish-Foundation, das ist nicht, das Glowish-Ding ist nicht so eine richtige Foundation. Das ist eher wie so ein Tinted Moisturizer, ein bisschen Highlighter. Da ist extrem viel drin. Das ist jetzt auch nicht ansatzweise meine Farbe. Deswegen hoffe ich, dass das hier mit Neutral MF von Clinique ein bisschen besser wird. Und die habe ich schon benutzt von Clinique. Die mochte ich auch ganz gerne. Vielleicht, ja, meine Finger sind so glipschig jetzt. Erst mal meine Hose abwischen. Ja, die Farbe sieht schon ein bisschen besser aus. Okay. So, auch so kleinen Sachets rausdrücken. Uh, ich mische nur ein bisschen von diesem Glowish-Ding mit rein. Ich glaube, ich finde das gar nicht schlecht. Wenn euch das gefällt, sammle ich jetzt immer die Tester. Und so können wir kostengünstig natürlich auch viele weitere Produkte testen. Ich nehme jetzt mal einen Foundation Brush und arbeite mir das Produkt in die Haut. Ja, wenn man es verblendet, ist es vielleicht ein bisschen dunkel. Aber ich sehe auch im Moment verhältnismäßig sehr, sehr hell aus, weil ich einfach Ewigkeiten kein Sonnenlicht gesehen habe. Und wenn ich draußen bin, nur noch Lichtschutzfaktor 50 und kein Safe-Ten mehr benutzt habe. Und das merkt man, beziehungsweise das sieht man. Wow, wie schnell geht das? Ich mische so ein bisschen Glowish mit rein, einfach um diesen leichten, frischen Glow zu haben. Wir haben auch keinen Puder, ne? Also, ich habe auch noch nie Puder-Tester gesehen. Also, die Clinique Foundation sieht sehr, sehr schön aus auf der Haut. Ich habe jetzt kaum was von diesem Glowish-Ding mit rein gemacht, weil ich einfach das ein bisschen dunkel fand und das hellere so ein bisschen als Highlighter benutzen wollte. Aber das sieht sehr, 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 sehr schön aus. Kennt ihr die Clinique Foundation? Ich glaube, ich habe die sogar hier. Übrigens, ihr findet in den nächsten Tagen bei Instagram ganz, ganz viele, in Anführungszeichen, Gewinnspiele. Ihr müsst dafür nichts machen oder nichts wissen oder nichts beantworten. Einfach, ich habe ja über Weihnachten ganz, ganz viel jetzt gesammelt oder über die Vorweihnachtszeit, um so viele Produkte wie möglich an euch zu geben. Und mittlerweile habe ich schon 40 Gewinnspielpakete für euch fertig gemacht und die gehen jetzt in den nächsten Tagen raus. Base gefällt mir sehr, sehr gut. Ich liebe diesen Glow in Kombination mit diesen Primern. Diesen Primer muss ich mir wirklich nochmal anschauen, weil ich glaube, dass das ein sehr, sehr gutes Produkt ist. Glowish Foundation kenne ich schon. Wir haben jetzt aber Concealer von Rare Beauty. Und zwar den Liquid Touch Brightening Concealer, den es insgesamt in 48 Farben gibt. Ich weiß jetzt nicht, ob ich die hellste und die dunkelste habe, aber 48 Farben, das ist schon eine Menge. Ich überlege, ob ich euch jetzt alle mal zeige. Ja, kommt. Hier 160, 180. Wir haben die 250W. Oh ja, die ist schon so ein bisschen gelblicher. Die 340C. Sehr warm. Also das ist, erinnere ich mich bei, äh, bei, bei Selenas Brand, dass die Farben sehr warm waren, aber auch sehr inklusive. Die 450N ist wesentlich dunkler schon. Und wir haben zu guter Letzt die 540C. Ja, sehr, sehr rich. Also ihr seht, es sind viele Farben auf jeden Fall mit dabei. Ich würde mir jetzt ganz gerne alles mal so ein bisschen mischen und habe dadurch einen recht gräulichen Ton. Und damit konturiere ich jetzt. Ich lasse das hier noch ein bisschen drauf, weil wir das gleich auf jeden Fall noch brauchen werden. Und nehme hier mein Brush und blende das Ganze ein. Das ist natürlich jetzt sehr, sehr deckend. Ein Punkt hätte wahrscheinlich sogar gereicht. Der ist sehr intens. Aber auch der lässt sich sehr, sehr gut verblenden. Es gibt noch was anderes und da werden sich viele bestimmt freuen. Von Milk habe ich den Matte Bronzer. Und hier sind 3 Gramm drin. Sehr, 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 sehr süß. Und damit gehe ich jetzt einfach hier noch ein bisschen über mein Gesicht. Ich mag den sehr, sehr gerne. Ich habe den schon lange nicht mehr. Ich hatte den mal und fand den aber immer sehr, sehr gut. Aber irgendwann hatte ich dann so kleine weiße Stippchen drauf. Und dann habe ich mich dafür entschieden und gedacht, es ist Zeit, dass du dich von ihm trennst. Aber es ist ein sehr, sehr gutes Produkt. Und ich wusste nicht, dass es davon auch einen Tester gibt. Weil ich finde, es sollte von viel, viel mehr Produkten Testern geben. Weil man dann einfach schauen kann, was gefällt einem? Was braucht man? Was möchte man? Und wie kommt man mit dem Produkt zurecht? Also traut euch wirklich auch mal nach Testern zu fragen. Weil viele haben Tester. Nicht alle haben Tester und nicht alle wollen natürlich auch gratis Tester rausgeben. Und es kommt auch, um sich ehrlich dazu zu sagen, und es ist mir auch wichtig, das dazu zu sagen, immer so ein bisschen drauf an, wie man fragt. Wenn ich jetzt einfach random in so einen Laden gehe und sage, hi, ich will einen Tester haben, würde ich mir auch keinen geben. Aber wenn du vielleicht das Gespräch suchst und freundlich bist, dann sind die meisten Leute auch einfach freundlich und auch gewillter, glaube ich, diese Tester rauszugeben. Weil am Ende hat es ja jetzt funktioniert. Dieser Make-up-forever-Primer, den finde ich super spannend. Den würde ich mir jetzt auch kaufen. Meine Base ist very, very bronzy. Ich nehme jetzt ein Concealer, und zwar die 180W und tupfe mir... Ups, dunkel. Vielleicht die 250W noch ein bisschen rein. Und tupfe mir das jetzt hier so ein bisschen unter die Augen und blende das Ganze mit dem Schwämmchen aus. An den Concealer kann ich mich nicht mehr erinnern. Ich kann mich nur noch an die Foundation erinnern. Und da erinnere ich mich, dass ich sie nicht so gerne mag. Die war super, super deckend. Aber die war mir ein bisschen zu oily. Und damit kann ich dann auch gleich so ein bisschen highlighten. Also es ist sehr dunkel heute, muss ich sagen. Wahrscheinlich hätte ein Contouring-Produkt gereicht. Deswegen gehe ich jetzt mit dem Rest hier, was ich hier habe, noch so ein bisschen als Foundation-Aufheller einmal überall lang und kann hier mehr Dimension wieder zurück ins Gesicht geben. Ansonsten mag ich das Ganze aber wirklich, wirklich gerne. Ein bisschen hellen Concealer hier. Das finde ich... Uh, das wäre toll. Aber ich bin eigentlich auch doof. Es gibt hier auch so Concealer-Paletten, ne? Aber halt leider nicht so in der Drogerie mit guten Concealern. Was mich freuen würde, ist, wenn beispielsweise hier Rare Beauty... Ihr mögt diesen Concealer und ihr wollt mit diesem Concealer mehr machen, als nur eine Farbe unter den Augen haben. Sondern so wie ich jetzt zum Beispiel... Ich mische mir das dann tagesformabhängig immer so ein bisschen hin und kann schauen, okay, heute ist, weiß ich nicht, Juni. Heute brauche ich ein bisschen dunkleren Concealer. Also nehme ich einen dunkleren aus der Palette. Im Winter brauche ich einen etwas helleren Concealer und zwischendrin kann ich mir das immer so ein bisschen anmischen. Und da wäre so eine Concealer-Palette mit Flüssig-Concealer, so wie hier, vielleicht gar nicht schlecht. Nur so als kleine Info. Ich liebe die Base. Mir fehlt jetzt tatsache so ein bisschen Blush. Was wir jetzt machen ist, wir werden hier diese kleine Mischung, die wir hier haben, als Lidschatten benutzen. Und ich starte erst mal mit einer etwas helleren Version hiervon und gebe mir das in die Lidfalte. Der Concealer settet sich hoffentlich gleich von selbst. Und dann werde ich sukzessive immer so ein bisschen dunkler. Oh, wow. Wir haben ja hier noch so ein bisschen Concealer und den setze ich mir hier komplett aufs Lid. Ich mag diesen super wet Look gerade sehr, sehr gern. So ein bisschen Pruner wäre nicht schlecht. Haben wir nicht. Deswegen gehen wir noch ein bisschen in den unteren Wimpernkranz. Das Schöne ist, wenn man mit so viel Creme-Produkten arbeitet, kann man, wenn man sich so ein bisschen vermalt hat, dann einfach wieder ein bisschen korrigieren. So. Sehr glowy, sehr dunkel. Das wäre vielleicht meine Sommerfarbe oder mein Sommerlook. Ich möchte das noch ein bisschen auffällen. Mir ist das noch ein bisschen zu dunkel. Vor allem hier in dem Bereich. Yes, I love it. Ein Blush wäre toll. Ich möchte jetzt hier raus auch noch eine kleine Lippenkombination machen. Und dazu nehme ich mir einen Kleinpinsel. Das ist aus meinem Pinselset Nummer 5. Gehe wieder in die 540. Und dann ein bisschen von dem Glow-Schätzchen. Okay, das wäre jetzt prinzipiell erstmal die Grundlage. Wir werden das Ganze jetzt einmal setten, damit wir wirklich auch sehen, wie das Ganze real aussieht. Wisst ihr, ich glaube, das wäre in Ordnung, weil so sieht es jetzt einfach nur noch ein bisschen schleimig aus. Ich nehme einfach ein bisschen Puder und fixiere das alles in dem Bereich, wo es mir persönlich auch so ein bisschen zu rutschig ist gerade. Hier auf der Nase. Und am Rest gehe ich so ein bisschen lang über die Augen, so ganz leicht. Und ich glaube, dass es so dann auch einfach ein bisschen realer aussieht. Mit ein bisschen Blush sieht das Ganze dann auch wieder ein bisschen lebendiger aus. Und ich muss sagen, ich liebe es. Das ist jetzt natürlich nicht unbedingt der Look, den man im Alltag vielleicht tragen würde. Aber ich habe festgestellt, dass Selena Gomez einen wundervollen Concealer hat. Huda Beauty, dieses Glow-Schätzchen muss ich unbedingt wieder testen. Und der Make-Up Forever Primer phänomenal ist. Also wenn ihr mich jetzt sehen würdet, ich sette das Ganze nochmal schnell. Wenn ihr mich jetzt sehen würdet, dann würdet ihr ja nicht denken, was ist mit ihm passiert. So, er ist halt ein bisschen brownzy heute. Aber ich muss sagen, ich mag es ganz gerne. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. So konnte ich auf jeden Fall die Tester nochmal ein bisschen ausprobieren. Vielleicht machen wir das Ganze nochmal, dass ich jetzt wirklich sammle, aktiv Tester sammle, die andere Farben mit drin haben, wie Rot oder Grün oder Orange, einfach um so ein bisschen zu correcten. Aber probiert doch einfach mal eure Tester so ein bisschen aus. Ihr habt wahrscheinlich eine ganze Schublade voll mittlerweile davon. Gebt ihr eine Chance, probiert sie aus. Und ich danke euch, dass ihr heute mit dabei wart. Bis zum nächsten Mal. Passt auf euch auf.